Das ist ein Save falsch gebaut, Mann. Kann nicht sein, ne? Wir sitzen hier so fest. Oh, scheiße. Wir müssen das da unten rein machen, ne? Wir kriegen das Save nicht hin, Mann. Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Lego Star Wars 3 zusammen mit dem Twissy, der hier einfach alle abschlachtet. Uff. Moin, moin. Okay, weiter geht's mit der krassen Count Dooku-Story. Wo waren wir denn hier? Waffenfabrik, okay. Und jetzt geht's weiter mit Vermächtnis des Terrors. Wir müssen damit lesen, weißt du das? Ich hab keinen blassen Schimmer. Dann lese ich halt. Bestimmt warst du eigentlich dran. Ich weiß es echt nicht, ich weiß es echt nicht. Graf Dooku, Kapitel 6. Vermächtnis des Terrors. Nach einem glorreichen Sieg auf Geonosis wurden Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi und Luminara und Duli beauftragt, den Separatistenanführer Poggle, den Geringeren, zu ergreifen. Die Suche führt Luminara tief in die Wüste. Okay. Ohne Abfahrt. Da cruiset er durch die Gegend. Ja, ist echt so. Das ist so. Oh, oh! Ja, 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 ja. ok da sind wir da und da ist immer er braucht man die krasse böse seite der macht dunkle seite die klone alle steuern ja tatsächlich kriger im commander kohle dabei sind ja bestimmt alle steuern stimmt kannst du mitnehmen so zumindest ein zeichen übersicht ja die kommen alle mir mir daher ohne feuer hat das machen sie nicht doch machen sie sogar keine schießt die anderen immer nur ab so auch noch das ist jetzt zurückrufen okay und die bauern aber lange war jetzt so da muss ich mit obi waren jetzt hoch mit ich glaube ich herunter schieben damit er macht geht es auch halt ein bisschen den weg fertig bauen glaube ich ja ich gucke mich mal weiter um macht es mal was bringt denn das ding hier wo die dann irgendwas machen hier darauf feiern wow das war ja komplett gewusst ist hier runter zu bauen naja da kann man doch bestimmt irgendwas draus bauen oder was wandert irgendwer hier hinten die steine gehen einfach hier hin achso lol ok ah jetzt haben wir eine seite fertig irgendwie auf der anderen seite muss auch nochmal so was sein anscheinend hüpfen die steine auch los? ne ach ok aber man sieht hier überhaupt nichts was soll das werden? ne so Tetris ey wahrscheinlich muss man da irgendwie hm ich weiß auch nicht was man da genau bauen soll willst du gut ein Tetris? ne man du musst mal das ganze links drauf mal naja wer will nicht ist wieder falsch jetzt den dann nehmen wir erstmal ganz kurz weg ok wer will nicht eigentlich müsste der rote da jetzt hin oder nicht ja doch so ist auch gut das ist safe falsch gebaut man kann nicht sein ne wir sitzen hier so fest oh scheiße wir müssen das da unten rein machen ne wir kriegen das safe nicht hin man doch 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 das hängt da drin mach das raus ja das geht helf mir mach das weg mach das weg das geht nicht warum geht das nicht das ist überhaupt richtig müssen wir da vielleicht auch nur ne Treppe bauen? ach so wir müssen da gar nicht ich dachte schon wir müssen da jetzt so ein Viereck bauen oder so da da haben wir doch gewusst das rätsel easy oh nein da brauchen wir einen Captain Rex für wir müssen das doch schon noch besser bauen oder? oder oder guck mal kann der Cody werfen? ne kann der gar nicht hm wie macht man das denn sonst kaputt? ja du legst einfach ein bisschen oben drauf dass du hoch springen kannst reicht das so? kommst du da drauf? ja aber der kann das auch nicht kaputt man der hat halt keine Bomben oder so wer hat die dann? der kann nur seine Klone befehlen ah da oben ist eures endlich wir haben's wir sind die wahren Rätselmeister war nicht so einfach es gibt bestimmt Leute die sagen die hätten das leichter und schneller hingekriegt aber die lügen ich bin reingelogen ich bin reingelogen so Rinder ok ich bin jetzt daran wichtig dann können ich doch lieber und Freunde früher mal was cool dass er so ein Licht hat finde ich naja stimmt ich hab hier müsste wieder durchschießen komm Cody zieh hier unten ist doch mal so eins so ein Spinnennetz naja wenn wir hier gerade erstmal ein bisschen Steine mach das bisschen reinholen was soll ich switchen? jetzt wo D2 brauchen wir da bei dir? ok wir müssen jetzt solche Statuen kaputt machen ok kamen wir so aus der wand raus grad eben ne ich sammle fleißig erstmal weiter hier naja mach das irgendwo müssen wir ja das Geld herkriegen so sieht's aus hier ist wieder so einer an der Decke kann man die down machen? ne die hab ich gezählt was ist denn das hier eigentlich? im Klone schießt da alle mit drauf ich hab nen Feuerlöscher gefunden ne was ne ist das anderes wie waren das kaputt machen? hab auch schon drauf gestagen das geht nicht hm ok du machst den Weg frei ich komm nach vorne gleich 33 K hast du schon nice oh yes hier ist noch so ne Statue ah nice 3 Hammer ja hier noch eine sehr schön eine fehlt ah danke oh das hast du nicht gesehen da war ein Geonuzianer da bin ich gesehen ne na gut ich hab ihn erledigt dann als du tot warst die Statue zählt anscheinend nicht hier kann man irgendwas mit der Macht machen ah immer noch so ein Spenden-Netz weg damit hier mal ah ok und abfahrt da ist nieder da vorne ach das sind diese Untoten oder was? stimmt scheint so wow wo kommt denn der her? so schnell boxen holy box ihn bam bam kannst du dir was machen hier oben? ja ich werde das gerade attackiert ah du hast ja ausgehend verschwinden können die nicht mehr spawnen hier ah ok was ist denn das hier auf dem Bild? eine Magna Wache oder? von General Grieve ist da ist das echt eine Magna Wache? ich würd sagen könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben guten Boys da lag noch ein blauer also hier müssen irgendwo noch solche Spawn-Dinger sein wahrscheinlich ja weiterhelfen wahrscheinlich hier nochmal hier auch nochmal da kann ich gar nichts machen bisher ja kannst du drauf schießen also so das kann man verschieben einfach nur so es ist ja auch zu ah ja wo waren das jetzt eben keine ahnung wo weiter links glaube ich ja hier wie ist der Eckersatz und spinnt ruide ist das ist ja witzig kann es schön sein ja du bist allein bis nach rechts rüber? ne nach links in die Mitte so ja ok wie die einfach ihren Kopf verlieren aber die kriegen auf jeden Fall richtig gut wow so ja man ich würde auch die Taschenlampen grad anhaben hm dann lieber noch der da ist nochmal so ein Spinnennetzes nehm ich mit musst du die Macht einsetzen da vorne hm ja warte verteidige dich ich habe ja wie viele hier kommen von denen übe nein was wird aber jetzt mehr als ich besser ist es eben nicht mich Mensch luminara es sind zwar diesen wurm eine Äh... Hä, was? Wut der fuck? Kein Lichtschot mehr. noch mal ein blaster die kann man vielleicht irgendwas mal bei diesen lila ding an aber schon getroffen anscheinend die man schottet wo hast jemand mit der macht was rechts irgendwo da bei diesen lila ding an vielleicht vielleicht sich da hochziehen oder so ich bin ja nichts machen die waren irgendwas machen ich will den klon wieder was kaputt schießen hier ist so ein steinig kann man im werfen anscheinend vielleicht kann man die da dran packen ja so man muss irgendwie warten bis hier so hinschießt anscheinend einbauen wir noch komm mal der machin 2 zum normaler wenn man schon hoch jetzt schießt dann die lander endlich warum warum ich konnte nicht nehmen hier ist noch einer die legt schwer daher die eine säule haben wir jetzt kaputt irgendwie so was jetzt hier drüben muss man auch noch irgendwie alles kaputt kriegen jetzt geht es für den klon vielleicht wirst du nicht wie jetzt schießt den mit silber und den ding an damit kann man bestimmt irgendwie das sind so bomben würde ich zurück schmeißen oder so man die irgendwie schieben oder das sieht doch gut aus boah wie oft muss man das denn bitte machen ach so schön die wand dran meinste ah ja die noch nice wenn wir uns erstmal ein skeletttyp mir holen feiner der dance da ab cool das können wir hier noch machen ah für die soli kaputt kannst du umschmeißen ja mach ich da war es das mit dem ah jetzt noch einmal da in der mitte irgendwie ah ja der nimmt den einfach mit ein paar wenige lauf obi wahn lauf ob sie alle steine mit hauptsache nominara stirbt gerade ist uns egal ich will ihn nur aus der höhle raus dodi kommt doch mit oh ich habe dies angefressen glaube auch commander kodi haben immer noch nicht oder das gibt es doch gar nicht den kriegen wir einfach nicht da muss man den ventures weg gehen bestimmt weil die erste folge glaube ich gegen ventures mit joda ja 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 ich erinnere mich also gehen wir den ventures weg als nächstes das war ja die gehabt sogar aber 240.000 jetzt nein richtig gut haben uns nicht mehr was kommt jetzt erst im knast okay das war der das war der weg von count dooku oder was das sind ja flott man immer durch gespielt also was ist jetzt war es jetzt der letzte part ob nie wieder irgendwas kann das überspringen ja überspringen okay war das aber das war das logo von dem entwicklerstudio na ok 13 prozent sehr schön gut dann würde ich aber sagen wir hören hier an der stelle auf beim nächsten mal geht es dann weiter mit einem der nächsten wege oder haben wir da jetzt was freigeschaltet wir können ganz kurz mal reingucken ne ok also entweder gehen wir zu general grievous oder wir gehen zu der guten ventures werden wir sehen also bis zum nächsten mal das war's vielen dank fürs zuschauen und bis denn ciao ciao haut rein oder danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal macht's gut bis zum nächsten mal